Das Cannabis-Gesetz wurde verschoben? Dirk Heidenblut hat auf Instagram mitgeteilt, dass die Lesung und damit die endgültige Entscheidung des Bundestages wohl erst in der Woche vom 11. bis 15. Dezember kommt. Weil der Bundesrat danach noch einmal Gelegenheit für eine zweite Stellungnahme hat, könnte die Teillegalisierung damit frühestens zum 1. März 2024 in Kraft treten. Die geplante Deadline 1.1. ist damit gerissen. Das bedeutet zwar noch viele weitere Strafverfahren, die definitiv auch noch ihre Folgen haben werden, allerdings ist es schwer, diese Verschiebung strikt abzulehnen. Dadurch ist mehr Zeit, die groben Fehler im Gesetz auszubewählen. Was bringt uns ein legaler Eigenanbau im Januar, bei dem sich praktisch jeder strafbar macht, wenn im März eine vernünftige Regelung kommen könnte? Wir halten die Verschiebung für hinnehmbar, wenn es dadurch tatsächlich noch zu wesentlichen Verbesserungen am Gesetz kommt. Trotzdem bleibt es ein Dilemma. Die beste Lösung und eine unserer Top-Forderungen seit dem Koalitionsvertrag wäre eine vorgezogene Entkriminalisierung gewesen. So hätte man früh den Verfolgungsdruck von den Konsumenten nehmen können, um dann in Ruhe die Details zu klären. Wir machen weiter Druck, denn...